hey freunde willkommen zum nächsten cut 3 bzw p1 test wir haben hier von tropic die exploder 4 sind vergleichbar wie die crazy robots sie haben 4,5 gramm nem haben einen vorbrenner und sind als p1 artikel eingestuft leider die letzte variante in p1 und ich würde mal sagen wir gehen gleich heraus zur zündung und testen die exploder 4 und bilden uns unsere eigene meinung wie immer also bis gleich draußen zum test wenn er heute im test die exploder 4 p1 mit 4,5 gramm die teile sind unnormal laut ich habe es verwirklich Ja, Freunde, mir klingeln echt die Ohren. Die Dinger sind echt so laut für P1. Also wenn ihr sie noch in P1 bekommt, nehmt ihr euch noch mit. Es sind, wie gesagt, Scheierzeuger. Benutzt sie nicht für irgendwelche dummen Zwecke. Ich sage es euch so, wie es ist. Die Dinger sind echt heftig. Also, Freunde, macht keinen Blödsinn damit. Es sind immer noch Scheierzeuger. Ihr könnt damit Tiere verschrecken. Ihr könnt damit eure Equipments testen. Ihr könnt Pegel testen. Aber sprengt euch nicht die Hände weg. Oder irgendwelche anderen Gebäude, Personen oder irgendwas. Also, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020